Die Vorratskiste? Ja. Was ist in der Vorratskiste? Naja, hier. Ein Bye. Ein mobilen Bye. Ah, okay. Eine mobile Vorratsstation. Ich lerne so viel von euch. Zack. Einer ist nicht ganz oben, also sind die zwei Tieren. Ja, da musst du den Dolphin Jump machen. Warum kann ich den Scheiß Sib nicht nehmen hier? Ist schon alle tot? Nein, hab ich. Nee. Ah, was ist das? Wieso falle ich nicht runter? Ach. Hallo? Viel hat er nicht mehr. Wie kann ich die Sib nicht nehmen? Ich raste aus. Wollte man früher diese Kran Sips auch im Fliegen nehmen? Die sind schon wieder alle hier. Ich habe es immer noch neben bis hoch geschafft. Alles gut. Hat doch gar nicht so lange gedauert. Hm. Ah. Tschüssi. Uh. Slipper. Auf dem Haus, auf dem wir vorne waren. Hm. Ich hoffe, die haben alles gut. Ich hoffe, die haben alles gut. Shootbrake. Ja, ist es ganz leer. Ich habe es angehen. Ich habe es noch geblattet. Ich habe es noch in ihm in die Lange zu sein. Ich habe es nicht einfach in die Lange zu beschädigen. Ich habe es nicht. Nein, da bin ich gar nicht. Hier ist der Stand. Was seid ihr? Ich bin hier oben. Eigentlich war ein Junge. Ach da. Dort, dort, dort. Einen habe ich. Lothar? Nein, Junge. Hast du mich geklaut? Nein, da nicht. Ah, nein, da nicht. Den habe ich dir geklaut. Richtig, meinen Arsch gerettet hast du dir. Das ist alles egal. Okay, dann habe ich alles richtig gemacht. Gab es gerade etwas gelandet? Ja, hier guckt mich auch noch etwas an. Hier, anderes Haus. Haben die eine Scope hier? Ja. Jetzt komme ich mal. Jetzt mache ich mal das, was ich nicht kann. Erster Schuss versenken. Zweiter Schuss versenken. Boom, du Fotze. Warte, ich hole mir mit einer Bomben Drohne. Ja, dann hol. Ja, warte, ich gehe schon. Die müssten da liegen. Ja, ja. Ah nein, der springt. Scheiße. Ich war nicht schnell genug. Oh, hier die H&M. Die möchte ich mal spielen. Hier unten ist ein Team. Auch Schwitzer. Ach man, ich werfe dir denn mal eine Granate. Wo sind ein Team? Bei Gelb da. Ja, schön. Boah, hier deine scannen die Schwarze. Ich gehe mal hier hin. Ja. Äh, die sind bei mir hier oben. Und die sind sogar... Drei Leute. Oh mein, und die sind schon nach oben. Alle schön Arsch an Arsch die Treppe hoch. Ach man. So viel Pech kann man ja nicht haben. Und die H&M habe ich gerade gemerkt, die will ich nicht haben. Die macht gar kein Damage. Ja. Da drüben auf dem anderen Haus. Unter dir ist was. Hier kommt was so gesippt. Einer ist bei grün unten. Den habe ich... Oh, das war mit meinem letzten Schuss noch. Er hat eine Ghost Vester, der Limme. Boah, Digga, wirklich. Hier ist eine Scope, die mich anguckt. Ich habe mal ein... Eine Betty an beigelegt. Er hat uns... Er hat uns zeigelegt. Schade. Was ist denn schade? Oh, die sind bei mir... Bei mir drüben. Ja. Boah, das ist schade. Einer ist noch ein Haus weiter an Sniper. Achtung. Was? Ich war doch schon unter der Mauer. Oh, lol. Ich self mich. Hier kommt was gesippt. Pass auf. Ach so, ich komme gar nicht mehr wieder. Hat Pits. Broke, glaube ich. Darfst du nicht aufnehmen. Ja. Konkretz. Der hat drüben am Boy. Wir haben ihn gefinisht. Ich gehe dir das holen. Er ist hier gelandet. Hier kommt was. Ja. Ja. Danke. Alter, was ist das für eine Rotzwaffe wirklich? Nein, ich fall runter. Nein. Könnt ihr mich wiederholen? Danke. Ich hoffe, hier liegt noch irgendwas für mich. Och, ich habe keine Muni. Ja, haben wir alle nicht. Also, ich bin... Float was? Kommt was? Ist hier... Schildpunkt. Aufpassen, Zone. Oder? Ja, wir müssen zurfen. Das ist Warni. Oh, Alter. Fall um. Oh, nice. Sehr schön. Nein, bei mir ist einer drin. Nein! Scheiße, ist mir hinterher gerannt. Shit. Sind die letzten beiden. Ich habe groundloat, Dinger. Ich könnte kosten. Ja. Ja. Du hast bedauern. Im Gas. Der andere ist hier. Der andere ist hier. Ja, du hast es. Jawoll. Loll. Vier kills. Was für eine starke Runde. Aber, letzte Runde. Letzte Runde. Winn. Jetzt könnt ihr den Dolphin Dive Sprung üben, um von Dach zu Dach zu kommen. Du kannst nämlich bei den Hochhäusern immer von eben aufs andere springen, ohne dass du zu der SIP fliegen musst. Gold wert. Ja, denke ich auch. Weil ich bin zum Beispiel zu SIP. Hm, darfst du nicht. Okay. Danke. Gerne. Bei dir lerne ich ja richtig was. Na immer. Wenn ich es sonst nicht kann. Zock, geht. Blöde Tipps geben geht's. So, jetzt könnt ihr Spaßlobys spielen. baby. Boah. 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 Starstraining. Boah. 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 Boah.